Erhard Busseck ist verstorben. Der ehemalige Vizekanzler der Republik Österreich in der SPÖ-geführten Regierung unter Franz Franitzki 1991 bis 1995 beginnt seine politische Laufbahn bereits 1964 als zweiter ÖVP-Klubsekretär im Parlament. Als Landespolitiker und Vizestadtschef in Wien gibt Busseck in den 1970er Jahren der Volkspartei ein grünes Image. 1989 wechselt er wieder in die Bundespolitik und wird zunächst Wissenschaftsminister, zwei Jahre später auch Bundesparteiobmann. Als Folge einer Kampagne gegen ihn wird Busseck 1995 von Wolfgang Schüssel an der Parteispitze abgelöst und widmet sich später in verschiedenen Rollen der Europapolitik. Als katholisch-liberaler fordert er zudem die Abschaffung des Pflichtzölibats und die Weihe von Frauen zu Diakoninnen. Zuletzt meldet sich Busseck noch im Ukraine-Krieg zu Wort, kritisiert nicht nur die fehlende Auseinandersetzung mit Putin, sondern auch mit Ungarns Viktor Orban und verlangt unmissverständlich den Rückzug Schüssel aus dem Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lug Oil. In ersten Reaktionen sollen Weggefährten Erhard Busseck Respekt als überzeugten Europäer und großem Österreicher, dem Wien ein Herzensanliegen gewesen sei. Am Sonntag stirbt Erhard Busseck keine zwei Wochen vor seinem 81. Geburtstag in Wien. Bei einer Podiumsdiskussion letzten Montag meint er noch zur Gefahr eines Weltkriegs. Ein bisschen aufwachen täte uns gut.